Ja, meine lieben Zuschauer, und da sind wir on-air zum Newsflash hier vom britischen Fund gegenüber dem US-Dollar. Und wir sehen hier einen starken Abverkauf. Das britische Fund sichtlich unter Druck. Die News, die hier aus England kamen, entsprechen enttäuschend. Es ging ja hier um das Bruttoinlandsprodukt zum ersten Quartal. Und auch, wie auch beim Devisenradar schon angekündigt, über Hypothekengenehmigungen, also Immobiliendaten, Dienstleistungsindex gab es auch noch. Also ein ganzes Sammelsorium an News, die aber hier zunächst hier vom Markt schlecht aufgenommen werden. Was jetzt interessant ist beim Cable, bevor wir uns dann gleich dem DAX zuwenden, ist die Tatsache, dass hier dieser Supportbereich aus dem gestrigen Handelstag, der hier als Widerstand fungierte, zunächst jetzt dann eben als Unterstützungszweck dienlich sein sollte, aktuell durchstoßen wird. Und das bringt jetzt das britische Fund gegenüber den US-Dollar in die Situation, dass wir hier möglicherweise das Support Level 1 anlaufen sollten. Und das ist natürlich jetzt die ganz spannende Sache. Wie geht es denn nämlich jetzt weiter an diesem Punkt? Wichtig eben hierbei das Verhalten, ob es jetzt gelingt, hier einen Reversal an dieser Trendlinie zu vollziehen oder eben der Markt dann doch wieder zur Schwäche neigt. Das gilt jetzt mal abzuwarten. Die Tendenz dessen, dass wir, wenn wir hier unterhalb von 1,51,85 schließen sollten, hier dann nochmal das Niveau von 1,51,34 Testen sind gegeben. Und das würde natürlich auch das Cable hier in die komfortable Situation bringen, von diesem Level ausgehend einen sehr, sehr schönen Aufwärts-Move starten zu können. Also die aktuell schwachen Daten, die schlechten News sozusagen, sind hier, jetzt kommen sie auch gerade rein, plus 0,3 Prozent sind erwartet worden, beziehungsweise erwartet wurden 0,5 Prozent nach 0,6 im Vorquartal und veröffentlicht, also das Ergebnis waren nur in Anführungszeichen 0,3 Prozent. Die Reaktion dessen sehen Sie hier sehr schön im Stundenchartintervall. Der Markt straft die in Anführungszeichen schwachen Daten ab und entsprechend wurde hier jetzt ein neues Tagestief generiert. Und es sieht so aus, als würde das britische Fund weiter korrigieren können, weiter zurückfallen können. Und deswegen gebe ich hier jetzt die Info, dass das britische Fund hier in diesem Bereich 1,51,34 sich stabilisieren sollte. Die heutige Schwäche, also hier der Ausverkauf zu den jetzigen News, könnte sich hier als Chance darbieten, hier günstig in das Paar reinzuhuschen, um dann eben an einer weiteren Aufwertung teilzunehmen, wie im Devisenradar besprochen. Sieht das auch hier auf Tagesbasis alles noch ganz gut aus. Wir sind auch hier, das zeigt der RSI Oszillat, auf Tagesbasis schon recht hoch gelaufen. Hier auf 14er Periodeneinstellung schon nahe der Marke von 70 angekommen. 70 Punkte gelten hier als überkaufter Bereich, wenn gleich es hier auch noch Spielraum bis 90 und mehr gibt. Also Ruhe bewahren. Hier sehen wir jetzt auch im Tagestartgrad, die aktuelle Schwäche könnte sich hier als gute Kaufgelegenheit darstellen. Wichtig jedoch, dass wir eben nicht signifikant nach unten durchbrechen. Das wäre jetzt sicherlich sehr schlecht für das Cable, wenn es jetzt hier Preise unterhalb eben hier von 1,5150 geben würde, also wir hier deutlich absacken würden. Deutlich unter 1,5150 wäre dann auch hier entsprechend das Niveau, darauf gilt es zu achten, gestrige Tagestief der 14 Uhr Kerze 1,5103. Preise darunter wären dann sicherlich auch unter markttechnischen Gesichtspunkten eine Art Einladung für fallende Preise. Ich symbolisiere da mal hier diesen Unterstützungsbereich, darauf gilt es zu achten. Wie gesagt, die aktuelle Schwäche erscheint mir jedoch aus aktueller Sicht durchaus noch interessant für mögliche Long Engagements, um dann eben hier den Lauf Richtung 1,5385, 1,54 an diesen teilzunehmen, möglicherweise dann sogar hier bis 1,55. Sieht alles gar nicht so schlecht aus, wenngleich es, wie gesagt, heute hier erstmal noch ein Stück weit Tauziehen geben dürfte. Am Nachmittag kommen auch da noch US-Daten, die hier sicherlich auch nochmal Druck ausüben dürften, sofern sie denn positiv ausfällen und hier den US-Dollar stärken. Aber jetzt mal zum DAX, also britische Pfund, neues Tageshoch war nix. Jetzt muss man sehen, ob sich das Cable hier fangen kann im Bereich 1,51,34, rund Support Level 1 vom heutigen Daily Pivot Point. Das sieht ganz gut aus. Mal abwarten. Schauen wir uns aber mal den DAX an. Den haben wir am Donnerstag bzw. halt am Freitag besprochen. Da wurde kurzfristig hier im Sinne dessen, dass diese Abwärts-Trendlinie hier ja touchiert wurde, auch von weiterfallenden Preisen ausgegangen. Das reichte letztlich hier nicht ganz für so eine schwache Wochentagstendenz, wie eigentlich erwartet. Wir nehmen mal die Pfeile raus. Es wurde im Prinzip hier nicht mal das Niveau von 10,1700 Punkten touchiert beim DAX. Also alles in allem eine relativ ruhige Wochenausklangssequenz, wenn gleich eben hier die Trendlinie zunächst erstmal ihre Relevanz bestätigte. Dann jedoch hier mit dem Tag bzw. mit dem Lauf in die neue Woche hier am gestrigen Handelstag zunächst am Wochenpivot Punkt 11,854 ist der derzeit. Da kamen dann wieder die Bären in den Markt, nachdem es hier eine neutral-positive Eröffnung gab. Swoosh, rutschte der Markt erstmal nach unten. 11.800 wurde erneut als Stabilisierungslevel lokalisiert. Deswegen machen wir das auch direkt gleich mal grün. Und dann, ja Sie wissen es, nachdem es hier zunächst erstmal C seitwärts ging auf tiefem Niveau, schoss dann hier zum Mittagshandel der DAX empor. Positives in Sachen Regierungsumstrukturierung aus Griechenland führte hier zu einem wahrhaften Rallye-Impuls, der hier bis zum Nachmittag bzw. C3 Handelsschluss den DAX auf plus 1,93% führte. Hier aber am Resistant Level 1 gescheitert. Und interessant aktuell die Situation, dass wir nicht nur am Wochen-Resistant Levels erneut gescheitert sind während des heutigen Handels, sondern auch an dieser, und ich zoome mich mal ein Stück weit raus, an dieser Abwärtstrendlinie, welche seit dem Allzeithoch herrührt. Hier auf Stundenbasis schön zu sehen. Genau diese Linie konnten wir heute Morgen wieder mal nicht überwinden und jetzt ist der DAX ja mehr oder weniger wieder ein Stück weit im Rückzug. Alles noch nicht dramatisch. Man sieht, die Bullen wollen hier nicht aufgeben, trotz des leicht überkauften Statuses beim DAX ohne Frage, sehen wir hier dennoch die Ambition, dass der DAX hier den Drive nach oben haben will. Aktuell gilt aber, es darf oder wird sicherlich erst bullisch, wenn der DAX hier die Marke von 12.050 Punkten überwinden kann. Das wäre hier ein Buy-Trigger-Level. Wenn es dazu kommt, dann haben wir sicherlich relativ schnell die 12.100 und dann darauf hingehend auch hier Niveaus oberhalb von 12.200 Punkten zu erwarten, wenn es denn eben gelingt, hier nach oben auszubrechen. Kurzfristig, wie gesagt, kann der Markt hier ein Stück seitwärts oszillieren, auch gern nochmal die 11.900 testen. Dann muss man eben sehen, was passiert, ob der Markt hier die Kraft hat, tatsächlich nach oben rauszuziehen. De facto unterhalb hier dieses Widerstandslevel 12.025, diese Abwärtstrendlinie, Resistant Level 1, 12.037 Punkten, ist hier nicht direkt von weiter anziehenden Preisen auszugehen. Der muss hier rüber. 12.050 hier, speziell 12.052 wäre eine Art Buy-Trigger, wäre hier definitiv ein Level, was dann weitere Käufe nach sich ziehen sollte. Unterhalb dessen ist aber hier, und das sehen Sie an dem blauen Fall, Rückschlagspotenzial gegeben. Sollten wir sogar deutlicher zurückgehen unter 11.850, also hier den Wochenpivotpunkt unterschreiten, anhand der 24-Stunden-Indikation, dann würde ich sogar dafür sprechen, dass wir hier sicherlich nochmal 11.8 und 11.7 anlaufen könnten. Aktuell, wie gesagt, sehe ich das nicht unbedingt als präferiertes Szenario an, da die Bullen hier sicherlich den Aufwärtsdruck noch entfalten können. Doch der Monat Sell and May and Go Away steht bevor. Wir haben ja immerhin knapp 50% im Hoch zugelegt innerhalb von knapp oder rund sechs Monaten. Das ist eine richtige Hausnummer. Die Tendenzen sind schon sehr steil. Jetzt gilt es eben abzuwarten, ob der DAX hier wirklich den Drive hat, nochmals hoch zu erzielen. Oberhalb von 12.050 wäre ich dabei. Unterhalb dessen bleibe ich hier vorsichtig und rechne hier heute durchaus nochmal mit Levels von 11.900, die durchaus auf die Agenda rücken könnten. Geht sogar dann deutlich unter 11.850, dann muss man sogar nochmal einen Rutsch von bis zu 150 Punkten einplanen. Der DAX also hier derzeit noch nicht wirklich im Bullenrausch. Erst wenn wir die 12.000, 12.050 signifikant überwinden, dann ist es meiner Meinung nach geschehen. Hier auf Tagesbasis sieht es hingegen so aus, dass wir schon eine leichtbullerische Sequenz haben. Gleich hier oben das Widerstandslevel auch deutlich wird auf Tagesbasis. Das liegt oberhalb des Pivot Prince 12.037 hier, aber 12.070 etwa. Diese Horizontalwiderstandslinie, die ist letztens noch die Hürde. Da muss er rüber. Wenn es gelingt, dann haben wir sicherlich hier gute Chancen, neben 12.2 noch viel oder weitaus höhere Preise zu sehen. Wir haben das mal blau gestrichelt. Wie gesagt, aufgrund der jüngsten Stärke ist das wieder dazu gekommen, dass hier das bärische Setup ein Stück weit an Fahrt verloren hat. Ich will es trotzdem nicht von der Agenda streichen, denn nach wie vor hat der DAX grundsätzlich mal eine Pause verdient. Er sollte sich hier mal ein Stück weit zurückziehen, um auch dann Kraft zu schöpfen, wirklich weiter hinauszuziehen. Ansonsten dürfte oder könnte das hier ein sehr, sehr zäher weiterer Jahresverlauf werden. Wie gesagt, die Tendenzen haben sich leicht aufgehellt. Kurzfristige Rückseite sind hier zu erwarten. Wenn es über 12.050, 12.070 dann hier speziell auf Tagesbasis geht, dann wartet noch mehr. Ja, ansonsten, wenn wir hier die 11.854 nach unten durchbrechen, dann ist hingegen wieder der Bär am Zug. Und das präferierte Szenario, Korrekturziel 11.350, 11.400 Punkte, ist meines Erachtens noch nicht vom Tisch. Trotz der gestrigen starken Erholung. Aber vergessen Sie nicht, das war mehr oder weniger ein politischer Impuls seitens Griechenland. Man muss jetzt sehen, ob die Amerikaner, insbesondere natürlich auch die Apple, heute hier noch ein Stück weit das Ganze nach oben ziehen können, den Markt. Wenn das nicht geschieht, dann fehlt mir hier so ein bisschen die Fantasie und dann könnte der DAX dann doch wieder nach unten abdriften. Aber man soll niemals nie sagen, die Tendenzen aktuell sind hier doch so, als würde der DAX hier den Druck nach oben noch entfalten wollen. Obacht, wie gesagt, unterhalb von 11.854 Punkten geben. Gut, ansonsten erstmal abwarten, was der DAX uns hier noch darbietet. Kurzfristig sollte er nochmal ein Stück weit verschnaufen. Ich sage erstmal Danke fürs Einschalten, liebe Zuschauer. Wenn Sie mögen, hören wir uns nachher nochmal wieder zum nächsten GFD Live Trading TV. Ich sage erstmal Danke fürs Einschalten. Wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und bis später. Ihr Christian Kämmerer.